Musik Ich müsste leben, wenn ich behaupte würde, ich wäre mal gerne in die Schule gegangen. Wie ich noch in die Volksschule in Strasbourg bin gedibbelt, sind der Donnerstag und der Sonntag die schönsten Tage in der Wurk sind. Und in der hesseren Schule, der Mittwoch und der Samstag noch mehr da, unserem Sonntag. Ich habe auch zählmals niemals gekannt, wie es am Ende anders wäre gegangen. Darum Respekt vor meinem Testerchen, wie es schon im dritten Jahr mit der Begeisterung in der Schule geht. Wie kommt jetzt das? Entweder ist mein Mädchen gescheiter, wie sie nach Baben war, oder es ist heute in der Schule schöner wie zählmals. Wir wollen den letzten Fall akzeptieren. «Da bist kein Mäuse, kein Faden ab. Am schönsten in meiner ganzen Schölzeit sind die Vakanzer gewesen. Die beste Erholung für die Kinder ist eine Luftveränderung», hat unser Hausdoktor in Baben gesagt. Und meine Kinder haben eine Hübsche gemacht, fast bis an der Bläfung. «Gottelove Dank haben wir im Elsass, in Lothringen und im Rheinland lebe Verwandten gehabt, wie es niemals zu viel war, uns für die Vakanzerinsel zu laden. Ja, die guten Leute haben sich alles um uns wagen gestritten und werden den Älteren böse gewesen, wenn man nicht am Ostern, Pfingsten oder im Sommer hätte kommen dürfen. Kennt eblich heute noch eine so lebe Verwandte? Im ersten Schuljahr bin ich bei meinem Onkel und meiner Tante in Zemmingen in Lothringen gewesen. Viel weiss ich von den ersten Vakanzernimen. Nur, als ich mit einer anderen Tante, wie Klavierlehrerin und ein bisschen Abortisch war, auf die Jöse gefahren bin. Weil sie mir aber gerade die halbe biblische Geschichte erzählt hat, hat sie in die Jöse nicht aufgepasst und wir sind als Widersch gefahren. Ich glaube, in Benzdorf ist David gerade in Gröbe gefahren und da ist ihr erst der Irrtum aufgegangen. Meine Güte, Verwandte in Zemmingen, hatten ganz normal in die Jöse am Bahnhof auf uns gepasst und erst nach oben sind wir uns gestehen. Ich habe mich elend verwundert, als meine biblische Geschichte stand, wie doch an dieser Verspätigung selber schuldig gewesen, meinen Onkel Hans, ihren Brüdern, das darum geschuldet hat. Danach sind wir stundenlang auf der Schnürgerade stauwisch Chaussee auf lauter Fingen gedippelt. Meine Beine haben bald nicht mehr gekannt und dabei ist Chaussee alles auf und ab gegangen. Der Wabe, für uns zuvor, hat drei Stunden gewartet und ist danach vom Onkel heimgeschickt worden. Weil meine Tante ihr Gepäck nicht hätte willen in die Jöse laufen, hat meine Goethe Onkel selber alles geschleift. Es war dunkel, wie wir in Zemmingen sind angekommen. Meine Zemmingen, Tante Mina, hat mir noch oft erzählt, ich hat mich in zähleren Nacht vor Heimweh und Medischkeit in den Schlaf gehalten. Aber am anderen Morgen, wie ich uns geschlafen habe, ist mein Onkel mit mir durchs Dorf und hat mir junge Bibel, Kälber und ein junges Ressel gezeigt und ein Zemminger Wehr mit vielen Fischern drin. Am anderen Tag bin ich dazugekommen, wie eine grosse Säu von der Nachbars auf dem Boden ist geschaut. Vier Mann haben sie gekippt und einer hätte ein ganzes Baudel El in den Holz geschickt. Dabei hat sie so grässerlich gekurigelt, dass mir das fast schlecht war. Und einmal bin ich, Taubstädterbibbel, in der Bibel von meinem Onkel nachgelaufen, für das Zerstricheln. In seiner Angst ist es am Trot hängen geblieben und hat schrecklich gejahmert. Seine Mama, die Glück, ist als Fährisch an mir in den Tee gesprungen und hat noch mal gestossen. Und ich weiss nicht, ob ich hin nicht noch leben würde, wenn nicht meine Liebe dann dazu gekommen wäre und mich gedreht hätte. Meine biblische Geschichte dann hat mich aber deshalb Arisch geschuldet. Jedem Morgen ist sie mit mir spazieren gegangen, hat mir viel erzählt und gezeigt, aber ich habe nicht ihr verspringen, wie ich gewillt habe. Und doch ist mir ein schöner Sonntagmorgen in Erinnerung geblieben. Da sind wir an den Waldrand geschaut und haben eben die sanfte Lothringer Landschaft gelöst, mit ihren Motten und Feldern ohne Schäden. Nur die wiesen Strasse, wie auf und ab von einem Buckel auf den anderen laufen, bis der Himmel auf den Boden stösst, sind mit Beinen eingefasst, wie Schäden gehen. Da hat mir die Tante, wie schon zählermals, ein Leben voll Enttäuschungen und Tränen hinter sich gezeigt, wie schön es auf dieser Welt ist, wenn man nur die Augen aufmacht und die Blümel und die Käfer im Gras sieht, wenn man die Fehler in den Bäumen versteht und das Grün und Gelb von Motten und Feldern, das Blümel vom Himmel und das Gold von der Sonne trinken kann mit seiner ganzen Seele. Darum hat sich der trostloser Indruck von der Lothringer Landsstrasse vom ersten Tag mehr und mehr in meiner Erinnerung verwischt. Und wenn ich die Augen jetzt dazu mache, sehe ich in der Ferne ein charmantes Bild. Von Eriks her kommen die Glockengelänge und ich verstehe, wenn der Lothringer Heimweh hat nach seinem Land. An diesem Morgen, wie mir die Glocken von der heiligen Lorenzius Kirche gehört haben, hat mich meine Tante das Lied gelegt, wie ich heute noch so gerne habe. Herr, meine Seele, Herr des Herrn. Und dabei hat sie mir erzählt, als auf die Melodie ein Glockenspiel, ich glaube, in Magdeburg ist gegangen. An einem Besse da ist die Kirche abgebrennt. Wie die Flammen schon am Glockengestell haben geschlägt, haben die Menschen darunter nur ein letztes Mal den schönen Choral vom Glockenspiel gehört und danach ist der Turm in sich zusammengestürzt. Auch vom 30-jährigen Krieg habe ich von dieser Tante zum ersten Mal gehört. Zemmingen, hat sie mir erzählt, ist zählmals ganz vom Erzboden verschwunden gewesen. Keine Miesel hat mehr eine Bresel gefunden, kein Stein ist auf dem anderen geblieben. Gell, Tante? habe ich zählmals gefreut. So etwas Besses machen die Menschen von hier zu da. Und die Tante, mit ihrem feinen, blassen Gesicht, hat ganz dreure gesagt, Fritzle, man will es nicht hören. Ja, keine Z拿guntaik, alles in Leand, Und wir warten ja wir